Okay, also ich habe schon zwei Herausforderungen geschafft, schon, aber hey, ist immerhin die halbe Miete. Ich wusste es, ich wusste es, dass hier oben irgendwo so eine dumme Statue ist. Ich habe zwar auf der anderen Seite vermutet, da sehe ich noch eine. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es, 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 ich wusste es. Ich wusste es, 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 ich wusste es. Ich wusste es, 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 ich wusste es. Vielen Dank. Ich hoffe, das war's hier. Dann mache ich nämlich nochmal Schnellreise darüber. Halt! Wie war das? Die sieht man ganz gut. Und ich ignoriere sie komplett. Noch eine. Da muss ich sagen, die ist schon wahrscheinlich, dass die nach Stadt ist. Das muss ich schon schaden. Schock ich dir. Oh ja, ich mobbel mich gerade selbst. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch die zwei Herausforderungen fertig. Und dann mache ich jetzt meine Aufnahmepause. Hier kann ich mir echt nicht vorstellen, dass hier noch Statuen und Fähnchen sind. Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht so richtig Bock, jetzt noch drei Stunden suchen zu gehen. Ja, ich weiß, die Ladebildschirme sind ätzend. Immer strecken. Immer wichtig. uh! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 Ey, dieses Bild kann überall sein. Verarschte mich? Danke. Ich gucke jetzt in der Lösung nach, weil das ist mir jetzt echt so doof, bin ich ganz ehrlich. Okay, wohl die letzte Starttour ist, weiß ich. Das war zu offensichtlich. Hätte ich nicht hinbekommen. Und zwar, wir haben ja auf der einen Seite von der Treppe eine Starttour gefunden. Ja, dann ist es relativ logisch. Ich wollte eigentlich da ranspringen. Naja, was soll ich. Das war... Ich wollte sagen, dann ist es relativ logisch. Dass auf der anderen Seite auch eine Statue steht. Wir sind hier sehr symmetrisch. Dann bist du nicht aufgestehen. Naja, keine Angst. Ich treff. Im Gegensatz zu dir. Da wollte ich gar nicht hin. Aber danke, dass du es mir angeboten hast. Oh, anscheinend habe ich die auf der anderen Seite schon gehabt. Ich dachte, die hätte ich nicht gehabt. Da stand halt auf beiden Seiten der Treppe. Ich dachte, ich hätte nur auf einer Seite. Naja, was soll's. Daneben nicht. Da ich das jetzt aber weggescrollt habe. Tja. Klauschen soll nach unten, statt Dach, wo ihr landet. Da ich jetzt eher in einem Lager bin, machen wir das kurz. Da läuft einer lang und wir setzen uns erst mal ans Feuer. Ach ja. Spaß. Spaß. Einfach Spaß. Das ist schon echt immer wieder witzig. Immer wieder witzig. Vielleicht müsste man noch ein Stück trinken. So. Also, wir rauschen hier runter. So, wir rauschen, wir rauschen, wir rauschen, wir rauschen. Warum ist es denn hier schon jetzt so gepflastert? Das nächste Dach nach Süden? Das nächste Dach nach Süden? Wie spawnt das? Weil das hatte ich doch ganz sicher schon gemacht. Auf das nächste Dach nach Süden. Na, dann wahrscheinlich das da drüben, oder nicht? Bis der kleine Turm, nicht der große mit der Kuppel weiter hinten. Der kleine Turm. Nicht der große, weiter hinten. Das ist der große und das ist der kleine. Der da? Aber wie es ausschaut, muss ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Also, doch nichts mit. Ich mach das erstmal zu Ende. Aber in dem Sinne, bis dann. Tschau.